Alles klar. Wo gehst du lang? Was? Nein, nein, nein! Den ganzen Weg zurück. Hast du sie noch alle? Nein. Und wieder! Und gleich fällt er wieder und schreit. Betten? Ich verkackle, ich garantiert irgendeinen bescheuerten Sprung und dann gibt es auch mal Ärger. Wie komme ich eigentlich da hoch? Anscheinend gar nicht. Hast du schon mal springen gelernt, Junge? Du sollst springen? Doch nicht darum. Gute Arbeit! Gute Arbeit, ja. Los! Wo gehst du lang? Ach ja! Verzerr doch nicht meinen Blick, Mann. Die kann fliegen, ich nicht. Das ist unfair. Nein, ich will keine Probleme. Bin bereit. Ich will nicht. Ich will nicht. Hm, wie geht's mit mir? Das war's! Das war's! Was ist das? Ihr könnt mit dem Schwert umgehen. Wir essen was von uns. Morhan Durstwasher. Das war knapp. Das Geheimnis der Wunderlampe. Über da. Unter hier. Außerhalb. Und das von hier. Kann ich hier auch runter ohne zu sterben? Springen? Ist das die Löwe? Ja. Du da. Lauf nicht über Stein. Oder auf Sand. Die Ameisenlöwen drehen davon durch. Jaslo. Nein. Nicht. Pass auf die Ameisenlöwen auf. Ich weiß nicht. Es ist 0 Uhr hier. Ihr müsst verzeihen. Mein Gehirn schaltet auf Durchzug. Wo renne ich jetzt eigentlich hin? Ob es in die richtige Richtung. Kannst du auch von dort abspringen? Nein. Junge. Wenn die Kamera nicht da steht wo sie stehen soll. Dann weiß ich auch nicht wo ich hin renne. Sauber. Den habe ich nicht mal gesehen. Gut, dass ihr da wart. Vortreffer. Geil. Habt ihr es gesehen? Ziel genau hineingeschlüpft. Geil. 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 Boah. Ich springe mal kurz davor. Geil. 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 Ja. Glaubt ihr es ist klug sie auf uns aufmerksam zu machen? Natürlich. Diese Typen waren vielleicht dumm genug ihre Seelen zu verkaufen. Aber selbst die haben begriffen was wir planen. Da ist die Kraftplatte. Da. Da. Hier. Hier. Müssen. Nun. Da. Hin. Wo. Ist. Mann ey. Können die nicht mal durchreden anstatt einfach so abzuhacken. Seid ihr überhaupt nicht neugierig was diese Maschinen tun? Sie sind Arimans Werk. Ich wünschte wir hätten sie zerstört als wir es konnten. Dunkelheit. Sieht übel aus. Fühlt sich übel an. Riecht übel. Auf jeden Fall ist die Stimme gut. Muss ich sagen. Von allen Dingen da sie von diesem Schauspieler stammt. Das gefällt mir. Was geht's? Boah. Ach so was gibt's auch noch. Transportabel. Du sollst schon immer fliegen. Vodem roi jähremars. Seht. Fast als hätt ihr gewusst dass wir kommen. Als ob unsere Bestimmung verbunden wäre. Ach da ist er. Dunkelheit umgibt euch. Bin drin. Ich bin irgendwie geblendet worden. 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 Ich bin derjenige. Ich bin zu da nicht stehen. Ich bin ein bisschen geblendet worden. Ich bin ein bisschen geblendet worden. Oh, was hab ich da denn gemacht? Das war geil Bambatam, bambatam Du Idee Oh je Na toll Äh, hab ich jetzt ein Zeitlimit? Jetzt hab ich bestimmt negative Effekte, ne? Ja, siehste Warten wir nur bis ich sterbe oder unternehmen wir etwas? Boah, da hin und so Okay, er hechelt nur Naja, das sollte auch erstmal genügen, denke ich Also ihr wisst, was ihr jetzt tun müsst Ihr müsst jetzt ganz freundlich sein und den nächsten Part drücken, ne? Also Wir sehen uns dann gleich Sofern der Part schon da ist Bis zum nächsten Mal